Das große Rampenlicht ist ihm eigentlich fremd. Red Wine ist es bislang gut gelungen, sich zu verstecken und nicht vom Hype des großen Football-Geschäfts anstecken zu lassen. Doch nun steht er im Superbowl. Mehr Rummel geht nicht. Aber mehr als Superbowl gibt es für einen Footballer ebenso wenig. Ich bin mir sicher, jeder geht aufgeregt und ungeduldig in das Spiel. Was meine Nerven betrifft, ich denke, wir sind vorbereitet auf den großen Moment. Wir haben wirklich hart gearbeitet und wir sind exakt da, wo wir sein wollen. Erst einmal standen die Falcons im großen Finale. Verloren dabei im Superbowl 33 ging die Denver Broncos aber deutlich. Die große Hoffnung liegt nun auf Matt Wine. Der 31-Jährige spielt eine herausragende Saison. Beeindruckte mit hochpräzisem Passspiel. Atlanta verfügt über die beste Offensive der NFL. Wir haben die ganze Arbeit und all unsere Zeit in dieses Event gelegt. Ich denke, wir sind alle bereit dafür, dass es losgeht und sind begeistert. Mehr noch begeistert von der großen Chance. Diese Chance nutzen. Matt Wine ist der Schlüssel dafür. Er rangiert in allen wichtigen Quarterback-Statistiken an erster oder zweiter Stelle und gilt als heißester Anwärter auf die diesjährige MVP-Auszeichnung für den besten Spieler der Liga. Superbowl 51. Er heißt nicht einfach Crate Rates gegen Falcons, sondern er ist hochstilisiert zum Duell Iceman gegen Legende Tom Brady. Zum Glanz eines echten Helden fehlt Ryan eigentlich nur noch der Superbowl-Sieg. Viele trauen ihm diesen großen Wurf am Sonntag zu. Zum Glanz eines echten Helden ist der Schlüssel für den Schlüssel für den Schlüssel für den Schlüssel.